Das Mehrgasmessgerät ist mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet. Durch die Bluetooth-Funktion kann das Gerät mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten wie zum Beispiel Smartphones verbunden werden. Durch die Verbindung können die Gasmesswerte des Gerätes zur Live-Datenübertragung an die Software Dräger Gas Detection Connect übertragen werden. Dräger Gas Detection Connect ist Ihre Verbindung zur digitalen Zukunft der Arbeitssicherheit. Das System vernetzt individuelle Drägerprodukte durch eine smarte Softwarelösung. Dank orts- und zeitunabhängigem Zugriff managen Sie Ihre Geräteflotte optimal und haben die Position und den Status Ihrer Gasmessgeräte und Arbeiter stets im Blick. So schützen Sie Ihre Arbeitskräfte und steigern gleichzeitig die Effizienz Ihrer Anlage. Die Bluetooth-Verbindung zum Bluetooth-fähigen Gerät wird durch ein Icon in der Statusleiste an der Seite angezeigt. Wird das Bluetooth-Icon angezeigt, ist die Bluetooth-Funktion aktiviert. Wenn die Striche rechts und links neben dem Icon blinken, ist das Gerät bereit, eine Kopplung durchzuführen. Nach einer erfolgreichen Kopplung werden die zwei Striche dauerhaft angezeigt. Starten Sie die Dräger Gas Detection Connect App. Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie beide Geräte koppeln. Während der Kopplung wird auf beiden Geräten ein sechsstelliger Sicherheitscode angezeigt. Prüfen Sie auf beiden Geräten, ob der Code übereinstimmt und bestätigen Sie nach erfolgreicher Prüfung die Anzeige. Die Geräte sind nun verbunden und werden sich zukünftig automatisch erneut verbinden. Im Quick-Menü können Sie einen erneuten Kopplungsversuch aktivieren. Dies kann notwendig sein, wenn Sie zum Beispiel das Smartphone wechseln. Wählen Sie die Bluetooth-Verbindung aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Eine bestehende Verbindung wird beendet und eine neue Kupplung gestartet. Belieов wird beendet und bleib sein. Vielen Dank.